Glück ist ein seltsames Phänomen. Sehen Sie? Ein gut gezielter Schuss löst nicht jedes Problem. Aber wenn das Glück Ihnen holdt ist, bringen Sie solche kritischen Momente nicht mehr ins Schwitzen. Was ist das? Nur nutzloser Krempel? Mit etwas Zeit und Geduld haben Sie bald eine stattliche Sammlung. Doch mit dem Glück an Ihrer Seite finden Sie etwas richtig Tolles. Nein, nein. Halten Sie alles fest, was glänzt. Es könnte von großem Wert sein. Bis zum nächsten Mal. omin Untertitelung des ZDF, 2020